Die Sendung wurde live untertitelt. Es ist der Kaffee, der direkt bei den Kleinbauern in Mittelamerika zu einem Preis eingekauft wird, der vom Weltmeer unabhängig ist und den Produzenten ein existenzsichernes Einkommen ermöglicht. Die Garantie dafür, dass der Mehrpreis auch wirklich den Kleinbauern kooperativ zu gut kommt, übernimmt nach wie vor die Max-Hawelaar-Stiftung, die sich ausserdem zum Ziel gesetzt hat, das Verständnis zwischen den Drittweltproduzenten und den Konsumenten aus den industrialisierten Ländern zu fördern. Um es gerade vorweg zu nehmen, die Einführung von Max-Hawelaar-Kaffee war von Anfang an ein grosser Erfolg. Weit über 100'000 Pakete sind bis jetzt jeden Monat in unseren Läden verkauft worden. Die Solidarität hat also bestens funktioniert. Dieser Kaffee bringt aber nicht nur den Kleinbauern aus der dritten Welt die dringend benötigten Mehreinnahmen, er scheint auch den Konsumenten, also Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu schmücken. Schliesslich handelt es sich auch um eine Mischung aus feinsten Arabica-Sorten, wo Röst frisch abhackt und aromadicht versiegelt wird. Wegen der grossen Nachfrage gibt es ihn ab sofort auch in 500-Gramm-Beutel, frisch gemahlen und wacke verpackt. Übrigens, unter diesem Symbol werden Sie in nächster Zeit in unseren Läden weitere, drittweltgerechte Produkte entdecken. Ausser frischem Drittwelt-Kaffee bekommen Sie bei GOP natürlich auch das Aktuellste in Sachen Babyhygiene. Zum Beispiel die Fixis, die neue Exklusivmarke von GOP. Der neue Saugkörper der Fixis heben durch verstärkte Saugkraft an den entscheidenden Stellen Nottrochner und es gibt sie natürlich speziell für Boys und für Girls. Das Komfortband dieser Hösliwindel beweist beim Auf- und Zumachen, dass ihr Name Fixis zurecht besteht. Die Fixis bietet den Müttern, aber auch für alle drei Entwicklungsphasen, Baby, Mobil und Junioren, spezielle Problemlösung. Und das erst noch zum absolut überzeugenden Preis. Machen Sie doch am besten einmal einen Vergleich. Wir alle schauen heute wieder vermehrt auf Preise und es ist ein Käsegeheimnis, dass man bei GOP Woche für Woche mit sehr interessanten Aktionsangeboten regelrecht verwöhnt wird. Dabei sind natürlich auch bekannteste Marken, wie zum Beispiel Kellogg's. Auch wenn es um die Ernährung von unseren vierbeinigen Freunden geht, ist man bei GOP an der richtigen Adresse. Und auch Pedigree-Pal ist bei GOP von morgen an zum günstigen Aktionspreis erhältlich. Dank intensiver und umfassender Forschung setzen wir in der Hundeernährung seit 30 Jahren regelmässig neue Massstäbe. Und mit dem neuen Pedigree-Pal hat ihr Hund mehr vom guten Fleisch denn je. Denn dank der ausgewogenen Zusammensetzung wird es vom Organismus voll aufgenommen und optimal verwertet. Für Fitness, die er spürt. Gute Verfassung, die Sie sehen. Das neue Pedigree-Pal von erfolgreichen Züchtern in ganz Europa empfohlen. Von Midi, der bekannten GOP-Exklusiv-Marken, kennen Sie bestimmt die knackigen Gemüsekonserven oder die fruchtig-feinen Konfitüren. Bei Midi werden aber auch abwechslungsreiche Fertiggerichte hergestellt, die schon bei der Zubereitung gut abschneiden. Das ist mein Tranchiermesser für die Bröte. Das ist mein Lachsmesser. Das ist mein Gemüserüstmesser. Das ist mein Messer, um den Schigo auszupeineln. Und das ist mein Messer für Böfstraganoff, Chicken Curry, Cocoa-Vent, Troutan mit Morrel oder Geschnetzelts nach Jägerart. Mit dem mache ich nämlich die Schale auf von Midi, der Menü. Midi, der Menü Foucault. Jetzt neu, Sechuan, das chinesische Pilzgericht mit Reis. Und wie immer, jetzt noch ein paar Aktionsangebote. Ein Kilo Erdnüssli kostet bei GOP nur 3,20. Und das quicken Ausschinkli gibt es per Kilo für nur 18 Franken. 500 Gramm Kirschtängeli von Lindt kommen Sie über für nur 17,95. Ausserdem offerieren wir Ihnen drei verschiedene Gameboy-Spiele für ganze 89 Franken. Und noch eine letzte Aktionsmeldung. GOP bietet Ihnen vier verschiedene Konserven zu günstigen Preisen an. Zum Beispiel Midi, Erbsen und Karotten Mittelfin für nur 1,85. Verpackungen, die die Umwelt besonders wenig belastet, werden bei GOP mit dem Öko-Plan-Symbol bedruckt. Das ist auch beim Cha-Cha-Cha Premium der vollwertige Nahrung für anspruchsvolle Katzen, der Fall, die neu in einer Verbundfolie angeboten wird. Gegenüber der herkömmlichen Dosen oder Schalen weist die neue Folie die tiefste Umweltbelastung auf, bietet aber ausgezeichnet Schutz und hat erst noch ein Viertel mehr Inhalt als die bisherige 100 Gramm Portion. Cha-Cha-Cha Premium, drei Sorten neu verpackt, offerieren wir Ihnen jetzt zum Einführungspreis. Das sind wie immer nur ein paar wenige Infos, Angebote und Neuheiten von GOP. Viel mehr davon sehen Sie natürlich, wenn Sie selber kommen können, am besten gerade morgen. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch und einen schönen Abend.